Guten Abend. Beim Klimagipfel in Glasgow ist das 1,5-Grad-Ziel immer noch in weiter Ferne. Unsere Themen. Ringen um mehr Ehrgeiz in der Klimapolitik. Klimaaktivisten fordern von den Industriestaaten mehr Engagement. Niederländische Regierung verschärft Corona-Maßnahmen. Das Land soll in den Teil-Lockdown gehen. Und noch immer in der Sackgasse bei Minustemperaturen. Unterwegs mit Flüchtlingshelfern im polnisch-belarussischen Grenzgebiet. Das Ziel der UN-Klimakonferenz stand von vornherein fest. Rahmenbedingungen schaffen, damit das Pariser Klimaabkommen erreicht werden kann. Die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch wenn man sich den bisherigen Abschlussentwurf anschaut, sind wir davon weit entfernt. Eigentlich sollte der Gipfel heute offiziell enden. Doch es gibt immer noch Knack und Streitpunkte zu lösen. Unter anderem der Passus zum Kohleausstieg. Robert Handrak berichtet. Die vierte Corona-Welle hat Nordeuropa fest im Griff. Besonders angespannt ist die Lage in den Niederlanden. 20 Stunden wurden mehr als 16.300 Neuinfektionen registriert. Das ist der höchste Wert seit der Pandemie in den Niederlanden. Zahlreiche Krankenhäuser sind am Limit. Die Sorge, dass sich der drohende Notstand ausweiten könnte, ist groß. David Arnold berichtet. Nach Bulgarien. Diesen Sonntag sind mehr als 6,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, zum dritten Mal in diesem Jahr ein neues Parlament zu wählen. Der ärmste EU-Staat befindet sich in einer politischen Dauerkrise. Letztes Jahr im Sommer gingen über mehrere Monate Tausende gegen die Korruption und die Regierung von Borisov auf die Straße. Heute ist der Wahlkampf offiziell zu Ende gegangen. Ein Wahlkampf, in dem die Parteien besonders um die Gunst der Senioren gebohlt haben. Denn ihre Wut auf die Regierung ist besonders groß. Nadia Blitri berichtet. Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich seit Tagen zu. Die USA und mehrere europäische Länder haben das Vorgehen der Regierung in Minsk verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats warfen sie Belarus so wörtlich eine orchestrierte Instrumentalisierung von Menschen vor. Die Türkei gab heute bekannt, Staatsangehörige aus Syrien, dem Irak und dem Jeben, die Abflüge von türkischen Flughäfen nach Belarus zu verbieten. Die wichtigste belarussische Fluggesellschaft Belavia kündigte an, sich an diese Anordnung zu halten. Damit dürfte sich die Zahl der ankommenden Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze etwas reduzieren. Die Lage der Flüchtlinge im Grenzgebiet hat sich in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert. Bei Minustemperaturen harren tausende Menschen in Zelten im Wald aus. Ein Gebiet, das weder Journalisten noch Flüchtlingshelfer betreten dürfen. Dennoch versuchen NGOs, den Flüchtlingen zu helfen. Masarode hat die Gruppe Granitza in der Nähe des Dorfes Narevka zwei Tage lang begleitet. Einen gemeinsamen Impuls für die Wahlen geben, so lautet das erklärte Ziel der Libyen-Konferenz, die in Paris stattfindet. In dem nordafrikanischen Land sollen am 24. Dezember Präsidentschaftswahlen stattfinden. Es könnte der Beginn eines demokratischen Wandels sein. Zehn Jahre nach dem Sturz von Langzeitherrscher, Machthaber Gaddafi. Ja, den Vorsitz der Konferenz teilen sich Frankreich, Italien und Deutschland. Auch die Vereinten Nationen sind beteiligt. Welche Interessen die Pariser Regierung verfolgt, dieser Frage ist Nicolas Jocks nachgegangen. Und das war es von uns für heute. Ihnen noch einen spannenden Abend und ein erholsames Wochenende. Morgen begrüßt Sie hier Rebecca Donauer. Passt Ihnen très belle soirée, bon weekend et très bientôt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017